Wege zurück ins Leben Das Klinikum am Weißenhof bietet Hilfe in jeder Lebensphase und deckt das gesamte Behandlungsspektrum der Psychiatrie und Psychosomatik ab. Unsere Tür steht jedem offen. Unser Haus ist in einem weiträumigen Park gelegen, der auch von der Öffentlichkeit gerne genutzt wird. Das moderne Krankenhaus fächert sich in sechs eigenständige Kliniken auf. Hierzu zählen die Allgemeine Psychiatrie, die Gerontopsychiatrie und die Suchttherapie. Die weiteren Kliniken umfassen die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die psychosomatische Medizin sowie die forensische Psychiatrie. Das Klinikum am Weißenhof verbindet Tradition mit Moderne. Seit seiner Gründung im Jahre 1903 hat sich das Klinikum kontinuierlich zu einem modernen Fachkrankenhaus weiterentwickelt, das gut mit seinem ambulanten Umfeld vernetzt ist. Unsere 1.100 Mitarbeiter versorgen und behandeln 9.000 stationäre und ambulante Patienten im Jahr. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt 26 Tage. Der verantwortungsvolle Umgang mit unserer Geschichte ist uns besonders wichtig. Neben unserem Standort in Reinsberg verfügen wir über zwei zusätzliche Tageskliniken. So bieten wir zum Beispiel auch in Heilbronn die Möglichkeit, den Patienten möglichst nah an seinem Wohnort tagesklinisch zu behandeln. Eine weitere Tagesklinik befindet sich in Schwäbisch Hall. Kindern und Jugendlichen stehen unsere stationären, tagesklinischen und ambulanten Behandlungsangebote genauso offen wie Erwachsenen und älteren Menschen. Wir beraten jeden Patienten, welche Behandlungsformen für ihn sinnvoll sind. Dabei achten wir die Individualität der Persönlichkeit und fördern die selbstbestimmte Lebensgestaltung. Wir sind mit moderner Krankenhaustechnik ausgestattet, um bei der Diagnostik den aktuellen medizinischen Standard zu gewährleisten und ein umfassendes Bild über den Patienten zu gewinnen. Die Basis der psychiatrischen Behandlung bilden psychotherapeutische Gespräche und bei Bedarf eine individuell abgestimmte medikamentöse Therapie. Wir bieten ein breites Spektrum von multiprofessionellen Fachtherapien, aus dem wir für den Patienten ein spezifisches Angebot zusammenstellen. Die begleitenden Fachtherapien unterstützen den Patienten dabei, wieder Zugang zur eigenen Person und Gefühlswelt zu bekommen. Auch der Weg zurück in den Alltag wird sorgfältig vorbereitet, indem alltagspraktische Fertigkeiten und die Übertragung in das häusliche Umfeld trainiert werden. Das Klinikum am Weißenhof. Wir begleiten Sie als modernes Krankenhaus auch über schwere Zeiten hinaus und zeigen Ihnen Wege zurück ins Leben. Das Klinikum am Weißenhof.